Heike Töpfer ist wegen Totschlags angeklagt. Die alleinerziehende Mutter hatte es in den letzten Jahren nicht leicht. Weil ihre Tochter an der schweren Bindegewebserkrankung, Sarcoidose, erkrankt war, waren Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte die Regel. Ihre Arbeit und ihr eigenes Leben musste die junge Frau hinten anstellen. Die ständige Sorge um ihre Tochter zehrte an ihren Nerven. Dann ging auch noch der Hausarzt in Pension. Es kam ein neuer, doch der kümmerte sich in den Augen der Angeklagten nicht genug um die Therapie ihrer Tochter, sondern mehr um die wohlhabenden Patienten. Ich kann sie hier nicht behandeln. Nicht für dieses Geld, nicht für diesen Preis. Hat Heike Töpfer den Arzt deshalb erschossen? Sie heißen Heike Töpfer, geboren 3. Mai 1976 in Berlin. Sie wohnen in Mührendorf, sind ledig. Was machen Sie beruflich? Ich musste mein Studium abbrechen, weil, als ich mit meiner Tochter schwanger war. Ja, und wovon leben Sie? Ich habe keinen richtigen Job. Aber Gertrud Schmidt hat uns auf ihrem Bauernhof aufgenommen und da helfe ich dann überall, wo ich kann, komme einigermaßen über die Runden. Sie sind jetzt seit dem 9. Juli 2011 in Untersuchungshaft in der JVA Lübeck. Am Abend des 08.07.2011 gegen 20.20 Uhr betrat die Angeklagte das Grundstück von Dr. Anthony Myers in Mührendorf, um diesen zur Rede zu stellen. Als dieser zu erkennen gab, dass er auch künftig keine freiwilligen Behandlungen der chronisch kranken Tochter der Angeklagten durchführen würde, zog die Angeklagte eine Pistole des Typs Lugaari 08, für die sie keine waffenrechtliche Erlaubnis besaß, und schoss Dr. Myers zweimal in die Brust. Dieser litt einen Durchschuss der linken Herzkammer und des linken Lungenflügels und verstarb innerhalb kürzester Zeit infolge eines hämorragischen Schocks. Die Angeklagte wird somit des Totschlags in Tateinheit mit unerlaubtem Führen einer halbautomatischen Kurzwaffe. Beschuldigt, strafbar, gemäß Paragrafen 2121 StGB. Frau Töpfer, Sie haben ja bisher weder bei der Polizei noch beim Ermittlungsrichter sich zur Sache geäußert. Wie wollen Sie es heute halten? Wollen Sie sich dazu äußern? Ja, ich möchte einfach nur sagen, dass ich unschuldig bin und dass ich endlich zu meiner Tochter möchte. Also ich kann mir vorstellen, dass die Zeit in der Untersuchungshaft weder für Sie noch für Ihre Tochter wirklich einfach war. Aber ich kann Ihnen versichern, dass es Ihrer Tochter gut geht. Ich habe sie ja im Krankenhaus besucht, als ich sie verdommen habe. Ja, das weiß ich, aber ich bin doch Ihre Mutter. Die braucht mich doch trotzdem. Schauen Sie mal, Sie haben mir auch was mitgegeben für Sie. Schauen Sie mal, das hat sie gemalt. Das soll ich Ihnen geben. Hat sie mir extra aufgetragen, Ihnen das zu geben. Sie hat es für Sie gemalt. Nehmen Sie wieder Platz, bitte. Das ist Lilly am Strand. Es wünscht er sich schon lange, dass wir mal ans Meer fahren. Das glaube ich gern. Aber erst mal sind wir jetzt hier, um diese Vorwürfe durchzugehen. Und da sprechen eben eine Reihe sehr ernstzunehmender Fakten gegen Sie. Das wissen Sie? Ja, das weiß ich. Aber ich habe Herrn Dr. Meyers nicht umgebracht. Ich war am 8. Juli mit Lilly zu Hause. Wir haben was zusammen gegessen. Dann durfte sie sich noch eine DVD anschauen. Das war's. Wann waren Sie genau zu Hause? Um 19 Uhr. Um 20.30 Uhr habe ich Lilly ins Bett gebracht. Und dann habe ich mich noch ein bisschen auf die Couch gelegt. Um 22.30 Uhr bin ich dann eingeschlafen. Ich weiß nicht, was mit Dr. Meyers passiert ist. Aber vielleicht können Sie uns wenigstens an Ihrem Wissen darüber teilhaben lassen, wie das Verhältnis zu Dr. Meyers so war. Wie war Ihr Verhältnis? Es war kein Geheimnis, dass es ein katastrophales Verhältnis war. Meines Erachtens hat Dr. Meyers seinen Beruf verfehlt. Dem ging es nicht darum, Lilly zu helfen, sondern nur darum, ein super neues, schickes Auto vor seinem neuen Reitstall stehen zu haben. Gut. Sie haben von ihm nicht viel gehalten, ne? Weder als Arzt noch als Mensch. Trotzdem sind Sie mit Ihrer Tochter regelmäßig zu ihm gegangen. Warum eigentlich dann? Mir blieb nichts anderes übrig. Ich habe keinen Führerschein, ich habe kein Auto. Ich wohne mitten in der Pampa. Lilly muss einmal in der Woche mindestens zum Arzt. Das war einfach die Praxis von Dr. Meyers. Das ist einfach die, die ich am besten erreichen konnte. Deswegen bin ich da weiter hingegangen. Ihre Tochter leidet ja unter Sarkoidose. Das ist eine systemische Erkrankung des Bindegewebes. Habe ich das so richtig... Ja, und kein Mensch weiß bisher, was eigentlich die Ursachen sind. Das ist eine Krankheit, die kommt ins Schüben. Und dafür, dass Lilly noch so jung ist, sie hat Stufe 3. Stufe 3 ist die höchste Stufe. Man bekommt Gelenkschmerzen, Atemprobleme, Lungennot, bis zur Herzrhythmusstörung. Und deswegen braucht Lilly ja auch eine vernünftige, regelmäßige medizinische Betreuung. Genau, die hatten Sie ja bekommen. Eine sehr gute Betreuung von dem Vorgänger von Herrn Dr. Meyers, ne? Ich meine, der hat Sie öfter auch gratis behandelt. Der hat Akupunkturbehandlungen, die ja auch durchgeführt werden mussten, dann einfach nicht abgerechnet. Das war natürlich toll für Sie. Anders bei Herrn Dr. Meyers. Wie Herr Dr. Seifert das gemacht hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ihm das darum gegangen ist, Lilly zu helfen. Während Dr. Meyers immer nur gesagt hat, nee, das geht nicht, das ist zu teuer, das haben wir nicht im Budget. Einmal hat er sogar gesagt, hat er mir vorgeworfen, dass ich ihm Termine blockiere, die er lieber mit seinen Privatpatienten geben will, um irgendwelche Botox-Spritzen zu verteilen. Ja, und dass meine Mandantin dafür wohl wenig Verständnis hat, ist doch auch logisch. Ich sag ja auch gar nicht. Sie stellen nur fest, das Verhältnis zu Dr. Meyers war extrem angespannt. Die Krönung war ja wohl erreicht, einen Tag vor der Tat, als er dann eine Kur, die dringend notwendig gewesen wäre, für Lilly abgelehnt hat. Dann waren Sie völlig mit den Nerven runter, die Nerven gingen durch mit Ihnen, Sie sind nochmal hin zu Dr. Meyers, wollten überzeugen, dass er diese Kur doch bitte genehmigen möge, tat er nicht und da haben Sie ihn erschossen. Aber so hätte doch die Lilly Ihre Kur auch nicht bekommen, Herr Staatsanwalt. Ja, ja, wenn man kurzfristig denkt, haben Sie recht. Aber die Hoffnung wird ja gewesen sein, dass ein neuer Arzt, ein neuer Dr. Seifert vielleicht kommen würde, ja, der wieder etwas wohlwollender mit Lilly umgehen würde. Denn letztlich sind diese ganzen Behandlungen, von denen wir sprechen, immer im Ermessen Spielraum des Arztes. Natürlich habe ich mir tagtäglich einen anderen Arzt für Lilly gewünscht, aber deswegen habe ich den noch nicht erschossen. Beruhigen Sie sich, Frau Töpfer. Ich würde dafür sorgen, dass Sie heute diesen Sitzungssaal als freie Frau verlassen werden. Denn im Gegensatz zum Herrn Staatsanwalt weiß ich, wer die wahre Täterin ist, nämlich keine geringere als die Mechthild Brunner. Das ist nämlich die Sprechstundenhilfe, oder soll ich besser sagen, die Ex-Sprechstundenhilfe des Landarztes Dr. Meyers. Und der hat er nämlich gekündigt. Und zwar nicht einfach so, sondern mit den Worten, und jetzt zitiere ich, er bräuchte was Junges, Knackiges. Und das nach 30 Jahren Praxiszugehörigkeit. Na, da können Sie sich doch vorstellen, dass die Demütigung perfekt war. Sie, diese Mechthild Brunner, zum Landarzt gefahren ist, zum Dr. Meyers, und hat ihn einfach erschossen. So war es nämlich. Nein, dieses Vorstandsvermögen habe ich nicht. Das kann ich nicht mit Ihnen teilen. Sie haben keinen Indiz, Sie haben keine Spur. Das ist eine ganz putzige Theorie, aber mehr ist es auch nicht. Sie haben nichts, was Sie bieten können, Herr Stevens. Jetzt bleiben wir aber doch mal bei dem, was wir hier haben, und das sind die Fragen an die Angeklagte, oder das sind die erschossen. Ich habe keine Fragen. Gut, dann dürfen Sie beim Herrn Verteidiger Platz nehmen. Dann hören wir mal Estefania Sperl bitte an. Das ist die Lebensgefährtin von Dr. Meyers. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Frau Sperl, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier vor den Platz. Zunächst muss ich Sie belehren. Sie müssen als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Sie heißen Estefania Sperl, 24 Jahre alt. Sie wohnen in Mührendorf. Sie sind ledig. Leider. Wenn Anthony heute noch leben würde, dann wären wir sicher schon verlobt. Gut, so sind Sie aber ledig. Sie sind Reiseverkehrskaufer, verwandt, verschwächtet mit der Angeklagten sind Sie nicht. Nein. Wann hatten Sie denn mit Ihrem Lebensgefährten Dr. Meyers zuletzt Kontakt? Zum letzten Mal gesehen habe ich Anthony an dem 8.07. am Vormittag. Da bin ich in die Praxis, habe ein paar Zeitschriften geholt und als ich mich zu Hause hingesetzt habe und die Horoskope gelesen habe, da war mir klar, dass ein schreckliches Unglück passieren wird. Ich habe das Horoskop natürlich anhand meiner Tarotkarten überprüft. Und meine Karten haben mir gesagt, dass eine Frau mit kurzen Haaren Schuld an dem Unglück sein wird. Sie mögen vielleicht an Ihre bescheuerten Karten glauben, aber hier geht es um Fakten. Genau, und die würde ich ganz gern hören, die Fakten. Hatten Sie danach nochmal Kontakt mit Dr. Meyers? Am Abend. Anthony hat mich angerufen. Ich saß da schon beim Italiener und habe auf Anthony gewartet. Aber wie immer war er zu spät und er war noch zu Hause. Woher wissen Sie das? Erstens, weil er es mir gesagt hat und zweitens, weil ich im Hintergrund gehört habe, wie er die Haustür zugemacht hat und über den Kies zu seinem Sportwagen gelaufen ist. Und ich habe gehört, wie er mit seiner Fernbedienung seinen Sportwagen aufgeschlossen hat. Und dann ist er irgendwie plötzlich erschrocken und hat zu mir gesagt, dass ich mal kurz dranbleiben soll. Und dann hat er sich mit irgendjemand anderem unterhalten. Sie gehört, was er da gesprochen hat? Er hat gesagt, was wollen Sie denn schon wieder hier? Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich dazu zu sagen habe und ich werde mit Ihnen auch nicht mehr über dieses Thema sprechen. Bitte gehen Sie jetzt, hat er gesagt. Hat er die Person mit Namen angesprochen? Nein, leider nicht. Ich habe auch keine Antwort mehr gehört. Weil Anthony dann zu mir gesagt hat, Schatz, ich muss jetzt Schluss machen. Ich bin in spätestens 15 Minuten bei dir. Und dann hat er aufgelegt und ich habe gewartet. Wie lange haben Sie gewartet? Bis um 21 Uhr. Und dann habe ich nochmal versucht, Anthony zu erreichen, aber er ist nicht mehr rangegangen. Dann war mir klar, dass irgendwas nicht stimmt. Dass das Horoskop recht haben muss. Das ist doch der galoppierende Schwachsinn. Ich bin unschuldig. Sie sind sicher nicht unschuldig. Allein schon deshalb nicht, wie Sie Ihre Tochter benutzen, um sich selber Vorteile zu verschaffen. Wie bitte? Warum wohnen Sie denn umsonst auf dem Bauernhof? Und warum müssen Sie denn für nichts zahlen? Doch genau deswegen, weil Sie genau wissen, dass alle so ein Mitleid mit Ihrer Tochter haben. Das nutzen Sie eiskalt aus. Entschuldigung, entschuldigen Sie, Herr Richter, aber das kann ich so nicht stehen lassen. Ich lasse mir hier nicht vorwerfen, dass ich meine Tochter hier für irgendwas benutze. Dass wir bei den Schmidts wohnen durften, das war ein reiner Glücksfall. Woher kennen Sie sich eigentlich? Ich habe Gertrude Schmidt in der Praxis von Dr. Meyers kennengelernt. Sie hat da mit Lilly gespielt. Wir haben auf Untersuchungsergebnisse gewartet. Und dann kam aber Frau Brunner, die Sprechstundenhilfe, und meinte, das würde noch ewig dauern. Wir können erst mal wieder gehen. Draußen hat es in Strömen geregnet und dann hat Gertrude Schmidt uns angeboten, uns nach Hause zu fahren. Und als sie dann meine provisorische Bleibe gesehen hat und auch gesehen hat, wie schlecht das Lilly ging, hat sie uns vorgeschlagen, dass wir in ihrem Gästerhaus wohnen können. Und da ist dann auch eine schöne Freundschaft draus entstanden. Freundschaft? Sie nehmen die Schmidts aus, weil sie wissen, dass die ein weiches Herz haben. Sie wollten auch schon immer ein Kind und haben nie eins bekommen. Haben Sie denn was von den Auseinandersetzungen zwischen Herrn Dr. Meyers und der Angeklagte? Nicht viel. Aber ich weiß, dass Anthony sehr genervt war von ihr. Und dass er den Verdacht hatte, dass sie ihr Kind oftmals bloß vorgeschoben hat. Die kam zum Beispiel oft in die Praxis und wollte einen Termin. Sofort. Angeblich, weil ihre Tochter keine Luft mehr bekommen hat. Dabei war das gar kein Notfall, hat Anthony gesagt. So was niemals, niemals vorspielen, niemals. Ja, ja, ja. Genauso wenig, wie Sie meinen Anthony umbringen würden. Dabei haben Sie das getan. Ja, ja. Es gibt ja eindeutige Spuren, wenn ich mal ganz kurz die Gummistiefel hier haben darf, Herr Vorsitzender. Schauen Sie mal. Die Stiefel hier. Schuhgröße 38. Ja. Da, 38. Ihre Schuhgröße? Ja. 38. Ja. Schauen Sie mal hier, was drin steht. Heike Töpfer, sind Sie das? Sind das Ihre Stiefel auf gut Deutsch? Ich wohne auf einem Bauernhof. Ja. Ich habe ganz viele Paar Gummistiefel. Sie können so viele Gummistiefel haben, wie Sie möchten. Das würde mich überhaupt gar nicht diese Stiefel interessieren. Wissen Sie warum? Schauen Sie mal. Hier sind so Rillen drunter. Ja? Sehen Sie das hier. Rillen unter den Gummistiefeln. Wenn ich kurz mal den Kieselstein haben könnte, Herr Vorsitzender. Dieser Kieselstein war unter einem dieser beiden Schuhe in so einer Rille drin. Den Stein haben wir mal genauer analysiert. Blutspuren an diesem Stein. Blutspuren von Herrn Dr. Meyers. Weil Sie, so meine Überzeugung, diese Stiefel getragen haben, als Sie Herrn Dr. Meyers erschossen haben. Meine Gummistiefel, die stehen alle aufgereiht vor dem Stahl. Die hätte sich jeder nehmen können. Ja. Wer denn jeder? Ihre Mitbewohner vielleicht? Der Herr Schmidt, Josef Schmidt mit Schuhgröße 45? Oder Gertrud Schmidt mit Schuhgröße 41? Die will ich mal sehen, wie Sie sich hier in diese Stiefel reinquetschen. So denen, was sind Gummistiefel nicht. Also erzählen Sie mir nicht solche Geschichten. Die meine ich doch gar nicht. Wie meinen Sie? Ich meine doch nur, dass diese vielen Gummipaar-Stiefelpaare, die da stehen, wenn da einer weggekommen wäre, das hätte ich überhaupt nicht gemerkt. Und dieses eine Paar wurde von der Sprechstundenhilfe Mechthild Brunner gestohlen. Frau Mechthild Brunner, habe ich recherchiert, hat Schuhgröße 37. Also passt sie locker in einen Gummistiefel der Schuhgröße 38. Und somit hatte sie ein Alibi und konnte das Ganze meiner Mandantin in die Schuhe schieben, beziehungsweise in den Gummistiefel. Herr Stevens, ich bin nicht blöd. Mir ist klar, dass 37, 38 reinpasst. Aber mir stinkt es mit Verlaub langsam gewaltig, dass Sie nur mit Motiven argumentieren, anstatt etwas hier klar belegen zu können. Ja, die Frau Brunner. Wie sehr müsste Sie denn bitte hier Ihre Mandantin gehasst haben, dass sie eine Mutter mit krankem Kind derart vorführt und derart reinreitet? Das erklären Sie mir mal. Fundament bringen Sie hier überhaupt nichts. Ja, das Fundament bringe ich Ihnen. Denn die Frau Mechthild Brunner als Sprechstundenhilfe hat den Streit zwischen meiner Mandantin und dem Landarzt Dr. Myers mitbekommen. Haben Sie denn mitbekommen, wie die Frau Brunner auf ihre Kündigung reagiert hat? Ja. Anthony hat mir am Telefon erzählt, dass Mechthild wegen der Kündigung richtig sauer war. Sie hat ihn wohl beschimpft. Also so heftig, dass er sich für sie geschämt hat. Fakt ist doch, dass der Dr. Myers das am Abend bitter bereuen musste, weil seine Sprechstundenhilfe gedemütigt wurde und dann hat sie ihn erschossen. Meine Karten haben aber gesagt, dass es die Angeklagte war. Ach, Ihre Karten, dann holen Sie sich neue Karten oder holen Sie sich ein neues Hobby. Hier zählen Fakten. Also und Sie bremsen sich mal ein bisschen ein. Ja, zu dem Ganzen möchte ich schon auch noch kommen. Aber gibt es denn noch Fragen, die Frau Sperlner haben? Dann bleiben Sie unweilig dankenehm. Bitte hinten Platz. Ich möchte dann an dieser Stelle die Vernehmung Ihrer Tochter Lilly vorspielen. Ja, ich habe die Lilly ja schon im Vorfeld im Krankenhaus besucht und dort vernommen. Diese Vernehmung ist auch aufgezeichnet worden. Die Lilly ist ja gesundheitlich nicht in der Lage, heute in die Verhandlungen zu kommen. Und deswegen ist ein Abspielen dieser Aufzeichnung möglich, hierzu irgendwelche Stellungnahmen. Dann nehmen wir auch noch das Protokoll. Nachdem sie ja Ihre Tochter ist, hat das Familiengericht einen Ergänzungspfleger bestellt. Der hat die Genehmigung für die Vernehmung erteilt. Und so geht der Beschluss. Die richterliche Vernehmung der Zeugin Lilly Töpfer wird gemäß Paragraph 255 Klein A Absatz 1 und 251 Absatz 2 Nummer 1 StPO abgespielt. Richterliche Vernehmung von Lilly Töpfer am 1. August 2011, 9 Uhr 25. Lilly, ich habe dir ja schon erklärt, dass wir zwei heute ein ganz wichtiges Gespräch miteinander haben und dass wir das auch aufnehmen werden. Ich meine. Und der Mann, der das Ganze filmt, das ist der Polizeiobermeister Grün hier. Hallo Lilly. Hallo. Wie geht's dir denn so? Mir geht's gut, die Ärzte sind nett und die Oma und der Opa Schmidt besuchen mich auch jeden Tag. Weißt du, wie es Mama geht? Ja, ich habe deine Mama selber nicht getroffen, aber ihr Anwalt, der hat mir gesagt, dass sie eigentlich schon ganz gut geht. Hoffentlich darf sie bald wieder zu mir. Ich kann mir vorstellen, dass sie ganz schön vermisst, die Mama. Aber genau deswegen, dass du vielleicht deine Mama bald wieder sehen kannst, sind wir ja beide jetzt da und reden miteinander. Du bist jetzt eine Zeugin für mich. Du weißt schon, was eine Zeugin ist. Es ist ganz wichtig, dass du da die Wahrheit sagst, dass du mir alles sagst, was du weißt. Ja. Schau mal, ich habe da auch eine Akte dabei, da steht einiges drin und da steht vor allem drin, dass du Lilly Töpfer heißt. Ja. Das stimmt schon, zehn Jahre alt bist, in Mührendorf wohnst, natürlich nicht verheiratet, klar, Schülerin. Und es geht ja heute um deine Mama und deswegen muss ich dir auch noch was sagen, wenn du nicht willst, dann musst du gar nicht mit mir reden und dann musst du meine Fragen auch nicht beantworten. Ich will aber. Gut. Ich möchte eigentlich heute mit dir über den Abend von dem 8. Juli reden. Das war der Tag, an dem du mit deiner Mama in der Stadt bei Freunden dein neues Fahrrad abgeholt hast. Ich weiß, das Fahrrad ist echt cool und wenn ich aus dem Krankenhaus draußen bin, fahre ich damit ein paar Runden. Genau, das machst du. Weißt du noch, wann ihr da nach Hause gekommen seid? Oder was ihr gemacht habt, nachdem ihr nach Hause gekommen seid? Da haben wir Abendbrot gegessen und durfte ich noch DVD schauen. Zwei Hexenmärchen. Und wann bist du dann ins Bett? Um halb neun. Woher weißt du die Zeit so genau, wann du ins Bett bist? Mama hat gesagt, komm mein Engelchen, es ist schon halb neun, du musst jetzt ins Bett. Dann habe ich gleich geschlafen. Also deine Mama hat es gesagt, selber auf die Uhr hast du nicht geschaut? Nein, aber ich weiß noch, dass als ich meine DVD rausgetan habe, dass da so ein Erwachsenenfilm gelaufen ist und die fangen doch immer um Viertel nach acht an, oder? Einige schon, ja. Weißt du noch, was das für ein Film war, dieser Erwachsenenfilm? Nein, habe ich nicht aufgepasst. Als du da die DVDs geguckt hast, war da deine Mama die ganze Zeit da? Ja. Und später, als du dann im Bett warst, hast du da irgendwas gehört oder mitbekommen, dass deine Mama vielleicht nochmal weggegangen ist? Nein. Hast du dann die ganze Nacht durchgeschlafen oder warst du nachts über auch mal wach? Ich bin erst am Morgen um sieben Uhr aufgewacht und da hat mich Mama sogar noch gelobt, weil manchmal kann ich nicht schlafen, da muss sie mir sogar noch was vorlesen. Mhm. Und am nächsten Morgen, ist dir da irgendwas an deiner Mama aufgefallen? War sie vielleicht nervös oder gereizt oder irgendwas? Nö, die war wie immer. Gut. Du, dann hätte ich noch ein paar Fragen zu dem Dr. Meyers. Der war doof. Der war doof? Wieso denn? Weil als ich einen Termin bei ihm hatte, hat er mich nie richtig angeschaut und geredet hat er auch nicht viel. Und wenn er mit mir geredet hat, dann hat er so getan, als wäre ich ein Baby und ich bin kein Baby mehr. Nee, du bist ein richtig großes Mädchen, tapferes großes Mädchen. Ich weiß und man kann normal mit mir reden, so wie du. Eben. Eben. Ja, wie hat denn deine Mama den Dr. Meyers gefunden? Die fand ihn genauso blöd wie ich. Hat deine Mama mit dem Dr. Meyers auch mal gestütten? Ich glaube schon, aber so hat sie mir das nicht gesagt. Einmal war sie richtig sauer auf ihn, als er gesagt hat, dass ich nicht auf Ruhe darf. Da hat sie sogar vor Wut dolle geweint. Hat deine Mama dir auch mal was gesagt, ob sie irgendwas unternehmen möchte, damit sie sich nicht mehr dauernd mit ihm streiten oder über ihn ärgern muss? Nö. Hat sie nicht gesagt. Du, das war es eigentlich schon aus meiner Sicht, außer du willst mir noch irgendwas erzählen? Hm. Nee. Also du hast mir, glaube ich, sehr geholfen. Oder ist dir noch was eingefallen? Kannst du dafür sorgen, dass Mama bald wieder zu mir darf? Ich kann es dir nicht versprechen, wenn ich ehrlich bin. Kannst du dich wenigstens gut um sie kümmern? Ich kann dir wenigstens versprechen, dass ich fair zu ihr bin. Das ist, glaube ich, schon etwas. Und ich kann ja einen schönen Gruß von dir auf jeden Fall ausrichten. Danke. Kannst du das Mama geben? Das habe ich extra für sie gemalt. Oh, das ist aber schön. Das gebe ich ihr gern. Da freut sie sich sicher sehr. Und du verlierst nicht den Mut. Mhm. Ja? Ich wünsche dir alles Gute und dass es dir auch bald besser geht. Danke. Tschüss. Tschüss. Die Zeugen bleibt unbereidigt. Ja, Herr Vorsitzender, tut mir leid, wenn ich vorhin etwas lauter geworden bin. Aber die Vernehmung gibt mir doch recht. Lilly sagt doch eindeutig, dass meine Mandantin ein Alibi hatte. Um 20.30 Uhr hat sie sie ins Bett gebracht. Meine Mandantin kann den Dr. Meyers gar nicht erschossen haben. Wir sind uns einig, dass sie das sagt, aber Lilly hat ja nicht selbst auf die Uhr gesehen. Sie muss sich auf die Aussage, die Angaben der Mutter verlassen. Und wer weiß, ob ihre Mandantin ich eine falsche Uhrzeit genannt hat. Womit ich das tun soll? Das ist doch ein alter Trick von Eltern. Wenn die Kinder nicht schlafen wollen, dann sagt man einfach, es wäre schon so und so spät. Die Kinder glauben das, obwohl es in Wahrheit noch nicht so spät ist. Also kommen Sie, brauchen Sie mir nichts zu erklären und gar nicht so zu fragen. Ich habe meine Tochter aber nicht angelogen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Zeugen. Herr Josef Schmid, bitte. Hallo Heike, wie geht es dir? Es geht schon, danke. Ich wollte dir nur sagen, dass die Gertrud jetzt bei der Lilly ist. Du brauchst dir also keine Sorgen mehr machen. Danke, Josef. Herr Schmid, nehmen Sie doch bitte mal einfach hier Platz. Sie müssen als Zeuge hier die Wahrheit sagen. Wenn Sie etwas Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Sicher. Sie heißen Josef Schmid, 53 Jahre alt. Sie wohnen in Mührendorf, verheiratet. Wenn der Landwirt verwandt, verschwägert sind Sie nicht mit der Angeklagten. Nein, aber Heike und Lilly gehören so gut wie zur Familie. Gut, deswegen muss ich Ihnen ja auch nicht sagen, dass ihr eben vorgeworfen wird, am 8. Juli tödliche Schüsse auf Dr. Meyers abgegeben zu haben. Glauben Sie mir, ich kenne Heike, die würde niemals einen Menschen erschießen, ganz egal, was der Typ ihr angetan hat. Reden wir mal lieber über Faxen, Empfehle. Waren Sie denn am Tag vor der Tat gemeinsam mit der Frau Töpfer in der Praxis von Dr. Meyers? Ja. Wieso? Ich habe Heike zu ihm gefahren, weil sie einen Termin bei ihm hatte. Sie wollte nochmal mit ihm wegen der Kur von Lilly reden. Aber mit dem Mann war ja überhaupt kein Gespräch möglich. Und warum nicht? Weil ich schon nach mehreren Minuten aus dem Zimmer den Streit gehört habe. Und dann ist auch schon gleich die Tür aufgeflogen. Und Dr. Meyers ist mit hochroter Birne herausgestürmt und hat geschrien, Sie und Ihr Kind werden sich einen anderen Arzt suchen. Mir gehen Sie jeweils nicht mehr auf die Nerven. Und dann hat er noch gemeint, und das mit der Kur, das können Sie vergessen. Von mir werden Sie die nicht bekommen. Das ist reine Geldverschwendung. Ja, und dann meinte er noch, dass Heike und ich gehen und am besten niemals wiederkommen sollten. Und die Frau Töpfer, wie hat die darauf reagiert? Na ja, nun, die war nicht gerade begeistert. Was heißt das, nicht begeistert? Ach, was weiß denn ich? Heike war sauer und hat sich geärgert. Ja, wie denn? Was hat sie gesagt? Na ja, das, was man dann halt so sagt. Du wirst deines Lebens nicht mehr froh, da schwöre ich dir, dafür wirst du zahlen. So hat sie ihn angeschrieben. Und keine 24 Stunden später wird Dr. Meyers erschossen. Na, da haben Sie Ihre Drogen die Tat umgesetzt, Frau Töpfer. Ich hab da irgendwas in meiner Wut gesagt, aber ich hab doch nichts gemacht. Eben, Heike, ist doch nicht so eine. Haben Sie jemals eine Schusswaffe besessen? Ja, ich hab eine von meinem Großvater. Was für eine? Eine Luga Ari 08. Also eine Pistole. Wissen Sie noch, wo die Waffe jetzt ist? Nein, die fehlt, aber ich weiß nicht, wie lange schon. Könnte es die Waffe hier sein? Ja, diese Pistole, die ist unweit des Tatorts von der Spurensicherung in einem Weiher sichergestellt worden. Und die Projektile, die Dr. Meyers Oberkörper durchschlagen haben, die konnten durch ein ballistisches Gutachten dieser Waffe zweifelsfrei zugeordnet werden. Allerdings lag diese Waffe zu lang in dem Weiher, als dass man auf ihr irgendwelche verwertbare Spuren noch hätte sichern können. Herr Schmid, ich belehr Sie jetzt wirklich, dass Sie auf Fragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst belastet. Wo haben Sie diese Waffe aufbewahrt? Daheim, oben neben dem Schlafzimmer, da hab ich so einen kleinen Stahlschrank. Der ist immer verschlossen und da lag das Ding drin. Verschlossen? Und wo ist der Schlüssel? Wo haben Sie den aufgeholt? Eine Nische über dem Stahlschrank, der ist zwei Meter hoch, damit da auf keinen Fall so ein Kind wie Lili zum Beispiel dran kann. Gut, kein Kind, aber eine erwachsene Person, die in dem Haushalt letztlich lebt, die konnte immer problemlos an diesen Schlüssel und damit an die Pistole ran. Naja, dazu muss sie erstmal wissen, diese Person, dass da überhaupt ein Schlüssel liegt. Wo ist denn die Angeklagte das? Na, von mir nicht, ich hab ihr das nicht gezeigt. Ja, vielleicht hat sie sie dabei beobachtet, auch eine Möglichkeit. Ach, das glaub ich nicht. Na ja, und wenn schon. Heike hat doch überhaupt keine Ahnung, wie man so eine Pistole lädt. Eben, ich hab sowas noch nie gemacht. War denn die Waffe nicht geladen? Nein, die Munition dafür, die lag immer daneben direkt in dem Stahlschrank fest verschlossen. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man so ein Ding noch nie in der Hand gehabt hat. Dann kann man das nicht. Das sehe ich genauso, Herr Schmid. Aber lassen Sie uns vielleicht auf ein anderes Thema kommen. Wie war denn Ihr Verhältnis zu dem Verstorbenen, Dr. Meyers? Naja, das war mies. Und warum? Nur wegen der Sache mit Lilly, oder? Nein, das war nicht der einzige Grund. Der Typ hat doch meine Frau Gertrud beinahe auf dem Gewissen gehabt. Aha, wieso? Wissen Sie, wir leben seit Generationen in Mührendorf. Und es war immer so üblich, dass der jeweilige Arzt auch Notdienst hatte. Den konnte man immer erreichen, wenn irgendwas war, der war immer greifbar. Nur Dr. Meyers, den konnte man nicht erreichen. Noch nicht mal im Notfall. Und was war das für ein Notfall? Naja, meine Frau Gertrud, auf einmal hat sie gesagt, dass sie schwindelig ist und dass sie irgendwie alles doppelt sieht. Und keine zehn Minuten später ist ihre linke Körperhälfte völlig taug. Da habe ich gedacht, das ist was Schlimmes, also brauchen wir einen Arzt. Und da habe ich Dr. Meyers angerufen. Und? Und? Nicht erreicht. Warum dann keinen Rettungswagen gerufen? Weil das Krankenhaus 30 Fahrminuten von uns entfernt ist. Und ich habe doch zu dem Zeitpunkt überhaupt noch gar nicht kapiert, dass es sich dabei um einen Schlaganfall handelt. Und spätestens, als Sie nicht erreicht haben, hätten Sie doch den Notarzt rufen müssen. Nein, ich habe ja gedacht, ich probiere später nochmal, weil das ja nur besetzt war. Und in der Zwischenzeit ging es meiner Frau halt immer schlechter. Sie konnte schon gar nicht mehr richtig sprechen. Und dann habe ich nochmal beim Doktor angerufen. Und da war dann diese Sprechstundenhilfe dran. Und die Frau Brunner hat dann zu mir gesagt, der Herr Doktor, der hat heute Termine, der hat Botox-Party den ganzen Tag. Der wird auf keinen Fall kommen. Rufen Sie doch einen Notarzt an. Und haben Sie das dann getan? Ja, natürlich habe ich das getan. Aber ich musste 25 Minuten auf diesen Krankenwagen warten. Und hinterher habe ich dann erfahren, dass die ersten 20 Minuten bei einem Schlaganfall halt die wichtigen sind. Das heißt also, Sie werfen Dr. Meyers vor, dass Sie wichtige Zeit verloren haben. Ja, genau. Wenn er doch rechtzeitig gekommen wäre, dann hätte man Gertrud vielleicht Not versorgen können. Und dann wäre es nicht ganz so schlimm für Sie ausgegangen. Na ja, glücklicherweise hat sie ja überlebt. Aber mit den Folgen hat sie noch lange zu kämpfen gehabt. Und Ihre linke Hand, die, die ist heute noch gelähmt. Haben Sie denn etwas gegen den Herrn Dr. Meyers unternommen? Ja, sicher. Ich habe ihn angezeigt. Aber das Verfahren wurde eingestellt. Angeblich bin ich selber schuld daran. Das haben Sie am 4. Juli gemacht. Also vier Tage vor der Tat gegen den Herrn Dr. Meyers. Aber ich habe ja nicht gewusst, dass Ärzte heutzutage irgendetwas anderes machen können, anstatt sich um ihre schwer kranken Patienten zu kümmern. Ich kann mich nicht ins Publikum setzen. Gertrud! Gertrud, ist was mit Lilly? Nein, mit Lilly ist alles in Ordnung. Die ist im Krankenhaus in der Bastelgruppe. Mach dir keine Sorgen. Also wenn Sie sich nicht ins Publikum setzen wollen, dann sollten Sie wohl wieder draußen warten. Sie stören dann. Nein, ich kann nicht draußen warten. Ich habe was zu gestehen. Gertrud, geh bitte wieder zu Lilly ins Krankenhaus. Was haben Sie denn zu gestehen? Ich, ich habe Dr. Meyers erschossen. Gertrud, was redest du denn da für einen Blödsinn? Das ist kein Blödsinn. Ich habe es getan. Herr Richter, nehmen Sie Gertrud jetzt bitte nicht ernst. Sie weiß überhaupt nicht, was sie da spricht. Frau Schmid, also Sie sagen, Sie hätten die Tat begangen. Ja, ich was? Dann frage ich Sie zuallererst mal, also erst mal 55 StPO. Sie müssen jetzt überhaupt nichts mehr sagen, wo Sie sich selbst belasten können. Aber ich frage mich, wieso Sie gerade jetzt mit diesem Beständnis daherkommen. Ach, Herr Richter, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich kann überhaupt nicht mehr schlafen jeden Abend, wenn ich Lilly sehe. Die vermisst ihre Mutter so sehr. Und ich könnte mir das nie verzeihen, wenn sie jetzt im Gefängnis bleibt. Gut, ich glaube, wir hören es uns doch mal genauer an. Fragen an den Herrn Schmid? Nein, danke. Herr Schmid, danke. Nehmen Sie bitte den Platz. Sie bleiben unverreinigt. Dann kommen Sie mal nach vorn, bitteschön, Frau Schmid. Mach das nicht, Gertrud, bitte. Doch. Sie beeinflussen jetzt mal Ihre Frau nicht, bitteschön, ja. Nehmen Sie Platz. Vielen Dank.